Was machst du bei Liquid? Äh, ich hab morgen ein Video direkt mit Liquid. Worüber genau, weil sie hier drüber reden darf. Ich muss einfach legit in demselben Haus bleiben, eine Etage hochgehen, da sind 13 Apartments von Liquid und da habe ich eins gerade. Die Jet baitet aber auch. Was ist ein Flick? CT out? CT out, CT out. Time, first. Nice. Goblin, Goblin. Market. 10 Sekunden left. Nice. Insane round, guys. Für Fasten Radiant, äh, letzte Season, dieses Season, also wenn du das so meinst, ansonsten wenn du es genau meinst, weiß nicht, 20, 30, 40 mal, weil gewinnst du eins und du bist Radiant. Verlierst du eins, bist du wieder nicht Radiant. Gewinnst du eins, bist du wieder Radiant. So weiß ich mein, weil du, du schwankst dir die ganze Zeit hin und her. Fahrt war ganz chillig. Das Ding ist halt so, Holland oder sowas ist ja allgemein so ein Ding, die, die haben ja schon seit Ewigkeiten keine Masken mehr. Ich werde einfach doof im Zug angeguckt, weil ich eine Maske an habe. Einfach so, der Zug war schon voll. Okay und jeder guckt mich einfach an, wegen der Drecksmaske. Die denken auch, ich war außerordentlich oder so. Das Office ist in Utrecht. Ist schon mal Platz 1 Radiant? Nein, nein. Meine beste Platzierung war Top 64. Irgendwann einmal hitten wir die 1. Nicht jetzt, aber vielleicht schon in einem halben Jahr oder so. Geh' nach vorne, ich bin hier auch noch nie. Los, los, los! Ich hab heute nichts gegessen, außer ein 15cm Sub. Das heißt, heute viel bewegt plus mindig Kalorien gleich doppelt gut. Ah, das ist eigentlich ein bisschen zu wenig. Ich sag's, was ich sagen, was ich sag's was. in thailand über 6 sogar einfach thailand so was ist das denn 50 prozent less sugar 80 prozent extra protein low fat drink after sport mache ich gerade der gegner sieht dass er nicht defused der chamber piekt hey der ist actually lecker was trinkst du da ich habe es gerade eine halbe schon vorgelesen heaven ich lache nie wieder in meinem leben ich lache nie wieder in meinem leben wirklich karma wieso denn karma unser mate lacht und ich lache auch was sind daran karma kann mir das jemand erklären kurz das ist jetzt gemacht bei liquid ich bin um 14 30 angekommen dann habe ich 40 minuten gechillt wieso mache ich das glas kaputt dann war ich im einkaufszentrum also hier ist halt so ein dreck nebenan so ein einkaufszentrum das heißt weiß ich nicht du denkst du bist in amerika oder so eine einzel sachen holen und danach habe ich etwas besser bei geholt jetzt fühle mich halt wird auch deutsche pros content creator ich bin der einzig deutsche also content creator allgemein da die haben glaube ich ein oder zwei pros die aber also die sind deutsch aber ne sind halt nicht hier ich weiß gerade allgemein nicht wer hier ist ich war noch nicht so durch im office auch sicker kaiow flash maybe it's fake no rainer flash nothing one taking old point oh he's tilt oh he's tilt just late time Reina Elefanie Please! Ich throw die Runde damit. Wenn die Smart Knight von Brim holten? Oh, das ist von... Riot Games? Okay 136, 136 bitte Und 80 Was ist passiert, Leute? Ich will ihn flacken, aber Jetty ist nicht mehr Riot Games, Chamber, hallo Das funktioniert Spawn Tower, warte für Jetty Jetty behind them Downpeak Spike down A Last player standing Breach, ich wollte hier Orb Und Eltz, aber Spike plant Oh mein Gott, das war Gandalos 1 Kantine Breach, Kantine Still Kantine Warte für mich 1 Eten, 1 Eten Ja, ja, ja Zizi Danke für den sechsten Monat Danke für ein halbes Jahr Ich will den nächsten Oh, will ich sehen Wollte mal fragen, ob du einen Tipp hast, wie ich Leute Civello finde Mach mal Ausdruckzeichen Discord Da kommst du auf meinen Discord Da ist eine Spielersuche Kannst du auch bei Rexma auf dem Discord vorbeischauen Telefon bereit Aber dir muss bewusst sein Die ersten Personen, die du triffst werden höchstwahrscheinlich nicht die Mates sein, mit denen du lange spielst Weil Es sind halt einmal unterschiedliche Menschen Du brauchst halt Du brauchst halt so Leute, mit denen du viben kannst, weiß ich mein Einmal Einmal Bridge Main Planting Default Nice Die duckt sich, die crouch, die dodged damit LOL In CT In CT In CT Eieiei Bad TP Ich muss den TP Oben in die Ecke setzen dann Willst du hier Nein, nein, nein Insta-Stun hier Und Insta-Stun hier Und Er sagt die 7 mal Stun Und er You want Flash Geil Was ich hier da eigentlich baiten kann Ja, Brez Sie können das Sie können das Sie können das Saitch ist Kandras Team A Nice, GG guys Defender gewinnen Nichts gegen dich, aber du hörst dich mit dem Mike weiblich an Ja, es könnte daran liegen, dass ich davor noch ein Onlyfans Video aufgenommen hab Ich COVID